So, es ist zusammengefaltet. Kann man hier sehen. Und von innen sieht es so aus. Und jetzt kann man das auseinanderziehen. Und zwar hier hochziehen und wenn unten das Gewicht entsprechend ist, hier an der Unterseite, dann zieht sich das automatisch strafbildet, eine Halbkugel. Wenn das hier mit Fäden verbunden ist, dann zieht sich praktisch diese Stelle, die jetzt einen Knick macht, zieht sich gerade. Und dann wird das hier rund. So wie das jetzt ist, hängt das ein bisschen durch, weil das von unten nicht richtig gezogen wird. Aber man sieht hier, sobald unten ein Gewicht ist, in real, hängt das ja dann stärker runter, spannt sich dieser äußere Rand nach außen. So liegt er praktisch straf runter und so spannt er sich nach außen. Ja, auch. Ja, es ist jetzt ein bisschen feucht noch von dem Ton, aber ich denke, ich finde es ein bisschen anschaulicher als in der Theorie. Okay. Ich finde es schön wie die Ende. Ja. 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 Ja.